Willkommen zurück meine lieben Zuschauer bei Dust in Elysian Tail und wir haben einen neuen Händler gefunden in der nächsten Folge, mal sehen was der uns so verkauft. 10% mehr Verteidigung, hier nichts Neues, Glanzloser Ring, Angriff, Verteidigung, Schlüssel, Handwerksmaterialien, Schrott bringt uns nichts, also können wir es verkaufen angeblich. So, da verlasse ich mich mal drauf. Und eine Koboldhaut, die verkaufen wir, dass er es katalogisieren kann. Farbstoff, den können wir auch katalogisieren lassen und wir sind schon fast bei der Hälfte der Materialien. Ja, das machen wir sowieso. Kiste, wir haben noch zwei Schlüssel. Kraftsalbe, Kraftsalbe macht 30 Angriff und verstärkt Fidget um 10%. Okay, das ist sehr mächtig. Danke Kumpel. So, hier können wir nur hoch, also gehen wir auch hoch. So, jetzt probiert mal schön. Und fallen lassen tut ihr leider nichts für mich. So. Die können auch ruhig explodieren. Und ein paar Münzen fallen lassen. Jetzt fallen sie aus allen Löchern. Ja, wir kriegen auch langsam die Seile, die wir brauchen für die Rüstung. Okay, die wollen wohl nicht atmen. So. So. Gut, jetzt ziehen wir uns mal etwas zurück. Nicht, dass die uns... Oh, Schlüssel. Hier runterfallen wollte ich eigentlich gar nicht. Ah, war das zufällig der... Sprung ins Leere? Ich schaffte es bis zum Schützenpass. Ja, genau. Er sprang ins Leere, also er ist da runtergefallen. Lutsch. Ah, aber da ist noch ein Vorsprung unter der Hand. Vielleicht ist da was. Hier? Nö. Okay. Aber wir haben schon mal was gefunden. Kommt, atmet. Dass wir euch in die Luft jagen können. Immer der falsche Zeitpunkt. Das war jetzt besser geklappt. Tu auch noch weg. Und dann nehmen wir den Weg weiter. Genau. Farbe und einer hat ein Törtchen fallen gelassen. Sehr schön. Können wir immer gebrauchen, Törtchen. Damit wir nicht unbedingt die Wandhühner verbrauchen müssen. Okay. Oh, da ist Material runtergefallen. Äh, habe ich es jetzt aufgesammelt? Ich hoffe mal. Fürs ja und ja, fürs Material springe ich gerne nochmal runter. So. Hoch, hoch. Hoch. Und hier hoch auf die Hand wieder. Hm. So. Ihr könnt auch in die Luft fliegen. Aua. Da waren wir wohl zu nah dran. Äh, hoch oder weiter? Gehen wir mal hier weiter. Okay, hier gibt es kein Weg weiter, weil uns der passende Stein fehlt. Das erinnert wirklich ein bisschen an, ähm, ähm, Metroid. mit den Toren. Und hoch. Speicherpunkt. So, weg mit euch. Hier geht es nicht durch. Hier geht es nicht durch. Aber hier geht es weiter. schon lustig, die in die Luft zu jagen. Vor allem die bringen einem auch sehr schön viel der hier leuchtet, auch blau. Das heißt, wir brauchen erst den passenden Resonanzstein, hm. Und hier oben ist wieder ein Händler. Speicherpunkt. Komm, einer von uns wird ja mal atmen müssen, hä? Ja, sehr schön. Das macht irgendwie Spaß, die in die Luft zu jagen. Vor allem, wie cool das klingt, wenn sie explodieren. Ach ja, ich habe Spaß an sowas. Ah. Ein Fruchthappen. Der wird gleich gegessen. Au. Da hätte ich jetzt aufpassen müssen. Ich habe den Falschen getroffen und der hat den anderen in meine Richtung gebombt. Schrott. Und ich brenne. Ah, die Schmiedin. Wollen wir uns jetzt gleich verdreschen? Ja, der Kleine. Easy there, Chief. Everyone, calm down, please. So, you were the ones, making all that noise up there. Wer von den beiden ist jetzt der Schmied? Ah, nothing. Intentionally. By the way, do you know you have Bloms in the attic? Ha, ha. Oh, those. They don't bother us. And they tend to keep the other monsters away. If I knew we were having company, I'd have cleared them out myself. Sorry about that, I guess. Hm. Diese Pose ist etwas fragwürdig, die sie gerade hat. Aber nee. Und wir sind nicht außer Ruhre. Ich bin Dust, und das ist mein Kompagnin, Fidget. Wir sind hier, um diese Materialien auf Agustin's behalf zu deliveren. Ja. Oh, well, nice to meet you. I'm Hayley, and this is my brother, Maddy. Der kleine Krimike. Okay, der kann wohl nicht sprechen. Das ist nett von ihr. Ah, was hätte ich denn gerne? Das da hätte ich eigentlich gerne. Dafür brauche ich noch, äh... Oh, sie verkauft Materialien. Das ist auch nicht schlecht. Gut, dann kaufen wir mal zwei davon. Und einen davon. Damit können wir die dann schmieden, würde ich sagen. Für 300 Gold. Ja, das geht eigentlich noch. Gut. Oh, das ist auch nicht. Jetzt können wir durch die blauen Türen gehen. Just inside the door, is a teleporter, that'll take you right up here. Makes return trips a lot easier. So, you can come and visit. Anytime you like. Flirtet sie gerade. I'll be honest. Even with the shortcut at the foot of the pass, I'm not sure I'll be able to make it up here too often. Hm. Richtig Spaßbremse. Hm. Well, my dad did have these little receiver things he'd give to his regular customers to transport goods back and forth. Oh Gott, das klingt jetzt kompliziert. Unfortunately, I don't have any of them to give you. Let me think. If I remember correctly, one of my dad's customers dropped one somewhere in Abadiz Forest. If you were to find it, I could craft your items and send them to you through the receiver whenever you want it. Also, crafting unterwegs. Dad normally gives his customers a blue resonance gem. So check for blue resonance gates in Abadiz Forest. Okay. Need anything else? Ein Wort wechseln? So, let's talk. Äh, hast du noch mehr Familie als... Ah ja, das ist wieder ein bisschen Rollenspiel mäßig, wo wir Dialog führen können. Also hast du noch mehr Familie als Matti? I noticed it's only you and Matti up here in the past. Is it just you two? Not all the time, no. My father still runs the forge, but he's usually away on business. Right now, he's somewhere across the sea, hunting down new minerals and ores. He's always trying to make better weapons and armor. Ah ja. Sounds like he's always pretty busy. Yeah, but I get along fine by myself. And Matti too, of course. I meant to ask before. Does Matti have a problem with me? What? Well, it's just... He seems to grumble a lot around me. Wahrscheinlich kann er nichts anderes. Was kann ich an das? Lots of grumbling. Ja, Fijit. I really can't say, Dust. Matti, do you have anything to say? Ja, er knurrt. Well, I hope that answers your question. Not really, but... Let it go, Dust. Just let it go. So, is Blacksmithing the official family trade then? In a way, I guess. My father said, I could be whatever I wanted. But when you grow up alongside a world famous Blacksmith, your options are fairly limited. Hmm, yeah, scheint so. Not that I mean, though. It's nice to have skills that are in demand these days. Everybody always needs something forged, whether it's Amulets or armor. Amulette schmieden, ja, kann man auch so nennen. And the business is good? Scheint so. It's... well, it's been better. Still, we make enough to keep things going, and that's the important thing. Ja, und warum lebt die so weit oben auf dem Schützenpass? Their forge is pretty far off the beaten path, Hayley. Why set up shop so far outside Aurora? This forge is actually quite ancient. My father's 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 father inherited it from his mother's grandfather on her father's side. Ach, du meine Güte, ist das jetzt kompliziert. Aber lassen wir das, das zerpflücken. It was built during the battle of Archer's Pass, many hundreds of years ago. The Archer's were holding off their enemies from way up here. But they needed a forge to replenish their heroes. Macht Sinn. Aber wo kriegen sie das Holz her? So, sie haben einen gebaut, genau wo sie standen. Es hat ihnen geholfen, die Archer's Pass nehmen. Und von hier, sie wurden die gesamte Valleys ablehnen, macht irgendwie Sinn. Sieht so aus, dass diese Forge eine Menge Geschichte hinter sich hat, dann. Auch so. Location, Location, Location. Ort, 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 ja. So wie Menge, Menge, Menge. Ah, ja, ich höre, was du sagst. Ich wünsche, es wäre mehr accessibel. Wir würden mehr Business bekommen, ich bin sicher. Aber es ist nicht so, dass wir es einfach nehmen können und es gehen können. Ich glaube, wenn du eine Armee trainierter Ratten gehabt hast, kannst du diesen Ort nicht mehr Probleme. Ähm, Fidget, ich denke, das würde nicht helfen. Nein, denke ich auch nicht. Nein, smarten Mewenraten, mit Magik. Okay, Fidget, jetzt sind wir drei. Ähm, ja. Ja, hat er allerdings recht. Gut. Im Augenblick nichts. Ja. Rüsten wir mal unsere neue Rüstung aus. Dann können wir die beiden, die anderen Rezepte ja verkaufen. Also das Rezept wird auch verbraucht. Das hier könnten wir dann auch verkaufen, ja. Gut. Ach Gott, jetzt fängt Fidget an, ja. Äh. Das habe ich auch schon gemerkt. Und er wird verlegen wohl. Du hast nicht die Signale gesehen? Sie hat dir die Signale gegeben. Das ist großartig, Fidget. Wirklich, ich will das in der Augen. Ja. Und jetzt gucken wir mal, dass wir zum Safe Point zurückkommen. Der ist hier genau. Speichern. Oh, wir haben 17%. Gut. Und den blauen Resonanzstein. Damit können wir jetzt hier das Gebiet weiter erkunden. Mit unserer besseren Rüstung. Oh. 1200. Und wir haben... Ja, wir haben die Hälfte gezahlt ungefähr. Aber gut. Jetzt mache ich erstmal wieder einen Cut. Bis dann. Bis dann.